Herzlich Willkommen, mein Name ist Andreas Ort und ich zeige Ihnen heute, wie Sie unsere neuen Online-Banking-Apps, zum einen unsere neue TAN-App VR-Segro Plus und zum anderen unsere neue VR-Banking-App, bequem vom Sofa aus zu Hause auf Ihrem Smartphone installieren und freischalten können. Nachdem Sie bei Ihrem Berater oder an Ihrer Filiale Ihren neuen Online-Zugang beantragt haben, erhalten Sie von uns im Nachhinein insgesamt drei Briefe. Zum einen Ihren persönlichen VR-Net-Key, des Weiteren Ihren Online-Banking-Pin und zum Schluss noch den Aktivierungscode für die TAN-App VR-Segro Go Plus. Schauen Sie mir doch einfach mal über die Schulter. Zunächst laden Sie die App VR-Segro Go Plus aus dem App- oder Playstore herunter. Nachdem die App installiert ist, erscheint beim ersten Aufruf der App das Willkommensfenster. Tippen Sie hier auf den Button Einrichten. Vergeben Sie sich nun für die App einen Freigabecode mit einer Mindestlänge von acht Zeichen, einem Groß- und einem Kleinbuchstaben sowie einer Ziffer. Optional können Sie einstellen, dass Sie sich zukünftig mit Touch- oder Face-ID anmelden möchten. Tippen Sie anschließend auf Weiter. Sie werden nun danach gefragt, anonymisierte Daten zu Diagnosezwecken zu teilen. Das Teilen dieser Daten ist optional. Sie können den Punkt Diagnosedaten anonymisiert teilen auch aushaken und anschließend auf Weiter tippen. Im nächsten Schritt erlauben Sie der App, Ihnen Push-Benachrichtigungen anzuzeigen, damit Sie benachrichtigt werden, wenn ein Auftrag zur Freigabe ansteht. Im darauffolgenden Schritt tippen Sie auf Bankverbindung für Online-Banking freischalten. Im darauffolgenden Fenster tippen Sie auf den Button Meinen Aktivierungscode einscannen oder eingeben. Nun erlauben Sie der App den Zugriff auf die Kamera des Smartphones, damit Sie bequem den QR-Code des Aktivierungscodes scannen können. Scannen Sie nun bitte den Aktivierungscode von dem dritten Schreiben ab, das Sie von uns erhalten haben. Anschließend tippen Sie auf Weiter. Am Schluss erhalten Sie den Hinweis, dass die Bankverbindung erfolgreich hinzugefügt wurde. Die App ist nun vollständig eingerichtet. Nachdem Sie nun die TAN-App VR Secure Go Plus erfolgreich installiert haben, müssen Sie vorab in Ihrem Browser die PIN-Erständerung durchführen. Alternativ können Sie die PIN-Erständerung auch zu Hause auf Ihrem PC durchführen. Öffnen Sie zunächst den Browser. Und geben Sie in der Suchzeile die Startseite der Volksbank Neckartal www.volksbankneckartal.de ein. Anschließend drücken Sie auf den Button Login und danach auf den Button Online Banking neu. Nun geben Sie bitte Ihren VR NetKey aus dem ersten Schreiben, das Sie von uns erhalten haben, und Ihren Online Banking PIN aus dem zweiten Schreiben, das Sie von uns erhalten haben, ein. Bestätigen Sie Ihre Eingaben, indem Sie auf Anmelden drücken. Nun vergeben Sie sich bitte einen neuen PIN. Dazu geben Sie zuerst nochmals den PIN ein, den Sie auf dem Schreiben von uns erhalten haben, und vergeben anschließend bitte einen neuen PIN mit mindestens acht Zeichen. Anschließend betätigen Sie den Button Eingabe prüfen. Und nun müssen Sie die PIN-Änderung in unserer TAN-App VR Secure Go Plus freigeben. Wechseln Sie nun bitte nochmals zum Browser. Und nun erhalten Sie die Bestätigung, dass Ihre PIN erfolgreich geändert wurde. Nachdem Sie die TAN-App VR Secure Go Plus erfolgreich installiert und freigeschaltet haben, benötigen Sie zum Abschluss noch unsere neue VR Banking App. Die App laden Sie sich bitte ebenfalls aus dem App oder Play Store herunter. Beim ersten Start der App wird Ihnen das Willkommensfenster angezeigt. Bitte tippen Sie zunächst auf den Button Weiter und dann auf den Button App einrichten. Vergeben Sie sich nun ein persönliches Passwort für die App mit mindestens fünf Zeichen und klicken auf den Button Weiter. Optional können Sie einstellen, dass Sie sich zukünftig mit Touch oder Face ID anmelden möchten. Im nächsten Schritt geben Sie bitte entweder den Namen unserer Bank oder unseren BIC oder unsere Bankleitzahl ein. In unserem Fall geben wir die Bankleitzahl der Volksbahn Neckartal ein. Anschließend bestätigen Sie Ihre Eingabe mit Weiter. Um zu verhindern, dass Sie alle 90 Tage bei der Anmeldung in der App eine TAN eingeben müssen, empfehle ich Ihnen, Ihr Gerät einmalig zu registrieren. Im nächsten Fenster geben Sie bitte Ihren VR-NetKey und Ihren neu festgelegten Online-Banking-Pin ein. Bestätigen Sie Ihre Eingaben, indem Sie auf Anmelden klicken. Nun müssen Sie wiederum die Eingaben in der TAN-App SecureGo Plus freigeben. Wechseln Sie nun wieder zurück in die VR-Banking-App und betätigen Sie den Button Weiter. Bitte erlauben Sie, im nächsten Schritt der App Ihnen Mitteilungen zu senden. Sie haben die App nun erfolgreich freigeschaltet und somit stehen Ihnen beide Apps vollumfänglich für Ihre Bankgeschäfte von unterwegs aus zur Verfügung.